Hallo zusammen, Johannes Sperling hier. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe hier auf diesem Kanal. Es ist keine Anlageberatung, das Video ist rein informativ und ersetzt keine professionelle Investmentkonsultation. Heute wollen wir über Goldpreis sprechen. Das Edelmetall erreichte ja im April neue Allzeithochs und entfachte damit reihenweise Gespräche und Diskussionen darüber, dass noch viel höhere Allzeithochs folgen sollten. Experten und Zeitschriften zählen viele Gründe auf, warum Gold weiter steigen kann. Doch auch wenn der übergeordnete aufsteigende Trend absolut intakt bleibt, sollte man zumindest auf eine Korrektur vorbereitet sein. Und diese könnte vielleicht etwas schärfer ausfallen. Die letzte Monatskerze vom April könnte zumindest einen zu etwas mehr Vorsicht anmahnen. Rein aus technischer Perspektive könnte also noch etwas schärfere Korrektur tatsächlich folgen. Gold wird oft als sicherer Hafen angesehen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, instabiler Märkte, hohe Inflation oder auch Währungsschwankungen. Und im Übrigen viele setzen darauf, dass noch eine richtige Immobilienblase kommt. Wie empfindet ihr das? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, diese Unsicherheiten nahmen in den letzten Wochen, abgesehen von geopolitischen Schlagzahlen, von den Datensätzen her eigentlich ab. Das sehen wir uns noch gleich an. Einige Daten der letzten beiden Wochen fallen freundlicher aus als erwartet. Mit großem Interesse blickte man diese Woche auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank FED sowie auf die Daten zum Arbeitsmarkt. Und diese zeigen uns folgendes Bild. FED bleibt, wie im Vorfeld auch erwartet, beim gleichen Zins. Jerome Powell signalisierte bei der anschließenden Pressekonferenz, dass Zinserhöhungen nicht diskutiert werden. Aber auch zu schnelle Zinssenkungen sind nicht unbedingt drin, solange die Inflationsdaten nicht überzeugen. Und diese haben zuletzt sich nicht ganz so abgeschwächt, wie man vielleicht es sich wünscht. Auf der anderen Seite wurden die Daten zum Verbrauchervertrauen und Arbeitsmarkt veröffentlicht. Und diese kühlen etwas ab. Und das wiederum ist durchaus gewünscht von der FED, damit auch die Dynamik bei der Teuerungsrate geschwächt wird. Vorausgesetzt, und das betonen wir aber immer und immer wieder auf diesem Kanal, diese gewünschte Abkühlung am Arbeitsmarkt und gewisse, sagen wir mal, dosierte Schwäche beim Verbraucher würde kontrolliert ablaufen. Und ob das wirklich so kontrolliert ablaufen wird, werden wir natürlich laufend hier beobachten. Also lasst schon mal gerne euren Abo hier, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und nichts verpasst. Denn wenn man in diesen Bereichen übertreibt und der Konsum anfängt, richtig stark zu schwächeln und für längere Dauer zu lahmen, dann besteht natürlich direkte Gefahr für Unternehmensumsätze, Gewinneinbrüche und damit auch für die Wirtschaft bis hin zu einer Rezession. Und dieses Szenario wiederum wünscht sich die amerikanische Notenbank natürlich nicht. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen sinkt in der USA also stärker als erwartet. Die Arbeitslosenquote zieht überraschend an und der Anstieg der Stundenlöhne verlangsamt sich. Erstmal so, genau so gewünscht und auch zum Teil provoziert von der FED, um den Inflationsanstieg zu verlangsamen. Amerikanische Notenbank hat ja Einfluss drauf. Und diese Entwicklungen sind in dieser Hinsicht vorerst gut für Aktienmärkte und etwas kontraproduktiv für den Goldpreis zumindest zu dieser Stunde. Doch was vielleicht etwas weniger von der FED kontrollierbar ist, ist das Thema der Geopolitik. Natürlich wird der Goldpreis in dieser Hinsicht durch geopolitische Spannungen gestützt. Im Übrigen üben Eskalationen auf der Welt einen aufsteigenden Druck auf den Ölpreis und auf den Energiesektor aus. Und am Ende sorgen diese Anstiege in einzelnen Sektoren selbstverständlich auch für den Anstieg der Inflation. Und das wiederum ist eher ein zusätzlicher Pro-Argument für steigenden Goldpreis. Und genau diese geopolitischen Schlagzeilen haben zuletzt etwas an Fahrt verloren. Doch lässt man die Geopolitik außen vor, so wäre auch aus datentechnischer Sicht, wie vorher eben beschrieben, und in Bezug auf die Inflationsdaten eine bestimmte Abkühlung des Goldpreises denkbar. Und auch wahrscheinlich und die Bild-Zeitung, die bekannterweise immer alles früher weiß, wie der Rest der Welt titelte neulich, provokative Überschrift Richtung Gold. Was denkt ihr darüber? Kleine Rücksätze und dann doch wieder steil nach oben oder doch nach der Partystimmung eine richtige Delle? Schreibt eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Zumindest saisonal betrachtet könnte Gold tatsächlich vorübergehend etwas weniger spektakulär werden. Nach starkem Jahresauftakt hat man oft eine Korrektur oder gewisse Seitwärtsphase beim Gold zwischen Mai und sagen wir mal Mitte, Ende Sommer. Eher es dann Richtung Ende des Jahres der Preis wieder tendenziell anzieht. Doch an dieser Stelle bitte aufpassen. Saisonalität ist natürlich bei Weitem nicht die einzige Komponente, auf die man achten sollte. Dennoch sollte man es durchaus im Hinterkopf behalten. Übergeordnet könnte man wahrscheinlich für Gold weiterhin optimistisch bleiben. Auf Dauer ist eine clevere Beimischung von Edelmetallen im Portfolio ohnehin absolut sinnvoll. Doch mit aggressiven Zukäufen würde ich mich persönlich derzeit noch etwas zurückhalten. Korrekturen in Richtung 280 US-Dollar und später vielleicht glatt 2000 US-Dollar würde ich mir aber dann ganz genau ansehen wollen. Und das würden wir hier auf diesem Kanal besprechen, falls es dazu überhaupt kommt. Ich freue mich über eure Feedbacks hier in den Kommentaren und gegebenenfalls auch über eure Fragen. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis demnächst, euer Johannes Berling. Bis zum nächsten Mal.